Hallo ihr Lieben, ich bin's, Andrea aus der Basteloase. Ich will heute was ganz Tolles machen. Und zwar will ich arbeiten mit dieser Schablone von Craftless Companion. Und die gibt es nämlich morgen, soweit ich weiß, auch auf QVC. Entweder diese oder eine aus dem oder mehrere aus diesem Bundle. Ich benutze heute diese und zeige euch schon mal, was man da Tolles machen kann. Und dann benutze ich dieses tolle Blatt. Das hat Joe designt. Wir wollen ja auch Papiere designt. Und das ist schon mal dabei rausgekommen. Das ist schon mal eins, was fertig ist. Und davon gibt es dann sechs Stück, also mit Schmetterlingen. Und das geht dann, wenn alle fertig sind, in unseren Etsy-Shop rein, als Digitalpapier. Ich finde das so cool mit den Schmetterlingen. So, und das will ich hier schon mal einbauen. Und daraus will ich jetzt so eine Pocket machen. Das heißt, ich muss erst mal den Rand abschneiden. Jetzt bin ich gerade am überlegen, weil ich mache da ja noch was drüber. Oder ich mache das... Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen am überlegen. Ob ich da jetzt einfach so eine Pocket mache. Ich habe eine Idee. Ich weiß, wie ich das mache. Weil ich möchte da nichts von diesem schönen Bild zerstören. Also, ich nehme da alles von. Das sieht so cool aus. So, und dann werde ich mir das hier einmal falten. Und dann klebe ich das hier so rein, als Pocket, dass man das so aufmachen kann. Da werde ich gleich noch was rein. Zum Aufmachen. So, und die Pocket soll dann hier oben sein. Genau, das machen wir schon mal so. Ich mache das mit Flüssigkleber. So. Möchte ich das nur noch gerade hier drauf haben. So, das ist doch cool. Da kann man das so aufmachen. Und hier ist das denn eine Pocket. Oh, ich finde das Motiv so toll. Das hat sie so toll designt. Ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden, bis alles fertig ist. Aber ich hätte gedacht, ich zeige euch das schon mal. So. Genau, dann haben wir das schon mal. So. Dann wollte ich da ja so einen Takt drauf machen. Und da gucken soll ich mir mal von Action den Block. So. 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 kann auch noch sein, dass ich das alles weggegeben habe. Aber so einen Takt finden wir alle Male noch. Wenn nicht, dann schneiden wir uns ein. So. Hier ist keiner mehr drin, aber ich habe ja noch den anderen Block. So. Das ist der falsche. Ich habe den jetzt. So. Hier sind so eine Takt. So. So. Dann nehme ich doch den hier. Ich weiß nicht, dass er kein rosa ist. Rosa hatte ich ja noch besser gefunden. Guck noch mal durch. Das ist ja auch eine schöne, fröhliche Farbe. So. Und den klebe ich nämlich hier ran, damit man das gut aufmachen kann. So. Und dann kann man das nämlich gut aufklappen. Und hier ist dann die Pocke drin. Da gucken wir mal, was da so reinkommt. So. Nun will ich das noch hier raufbauen. Ähm. Genau. Mal gucken. So. Ohne alles gefällt mir das ja nicht so gut. Muss ich mal gucken, ob ich da jetzt noch anderes Papier draufklebe. Ja, das mache ich mal. Ich habe hier auch noch so das Design-Papier. Das ist allerdings von uns designt. Aber wir werden auch noch mit Notenpapier-Design. so. Und das klebe ich dann da drauf. Dafür werde ich aber mal wieder die Kanten einfärben. Mal sehen, ob da überhaupt noch was drin ist. Das ist mit meinem Schultenstempelkissen hier. So. 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 Dann kommt das jetzt hier drauf. So. 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 Sieht auch gleich ein bisschen schicker aus, ne? finde ich. So. Ja, ich kann das so aufklappen. Hier ist die Pocke drin. Ach, ich finde das so cool, ne? Das sieht so cool aus. So. Und jetzt will ich hier so ein sogenanntes Belly-Band, nennt sich das ja, machen. und ich muss mal gucken, wie breit denn die Schablone ist. Heute habe ich auch einen Videotag. Heute, weil ich noch mehr Videos mache. Ach, das ist ja natürlich auch cool. Und zwar, wenn ihr so Schachtel macht, kann man das gleich so ansetzen. So. Also sie ist ein bisschen breit, ne? So. Ja, so muss das schon sein. Ach, das schneidet nicht mehr richtig. Ach, ja. Da braucht man immer relativ schnell neue Klingen, das ist ein bisschen dumm. Sonst sind die Schneider wirklich toll, aber dass man dann immer so schnell diese Klingen braucht. So. Und das soll dann hier rauf, da will ich was darunter schieben. Das kann ich ja schon mal rauf machen. Wobei ich da auch noch so ein bisschen färben möchte. das ist mir sonst zu artig. Ihr wisst, was ich meinte. Ich werde nochmal mit meinem Ratscher hier. Mal die Seiten aufratschen. Das ist ein Distresse, nennt sich das. Da sind so kleine Messer drin. Ich habe ihn jetzt von Tim Holtz. Ich habe ihn schon ganz lange. La Blanche hatte ich den mal auf Rendung und da habe ich ihn mir gekauft. Ja, das finde ich besser. Ein bisschen abgeranzt ist hier. So. Okay. Okay. Die ganze Seite. Da ist mir den ganzen Müll hier. So Flusen entfernen. So. Ja, das sieht doch viel besser aus, als einfach da so reingeklebt, ne? Ja, das finde ich gut. So. Dann kann es da nämlich jetzt so reingeklebt werden. Ich finde das so toll, dass ich euch schon alle angesteckt habe mit Junk Journals. Ganz, ganz viele machen das jetzt schon. Kommt unbedingt in die Facebook-Gruppe. Findet ihr hier oder in der Infobox den Link dazu. Und zeigt eure Werke. Ich freue mich darüber, was ihr so an Junk Journals macht. Ganz, ganz cool. So. Genau. Das muss jetzt mal kurz trocknen, dann bin ich gleich wieder da. So. Jetzt will ich, dass die Schablone ja drauf und ich wollte sie gerne mit diesem Papier machen. und ich nehme das mal doppelt. Ich hoffe, dass das so geht. So. Und das werde ich jetzt einmal ausstanzen. Doch. Das geht. So. Weil das ja reingestanzt wird. Es hat ja keine Außen, ähm, keine Außen, äh, Stanz, 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 Ränder. Oh Mann. Komm mit mich, ich spreche dich Deutsch, ne? Ach. So. Das hat schon mal gut geklappt. Ist immer noch der erste Folder, den ich da, ähm, doch wieder benutze. So. Ja. Das finde ich cool. So. Nun werde ich das aber nochmal abschneiden. So. Bitte nochmal richtig schneiden jetzt hier. So. Dann schneide ich das hier oben nochmal ab. Wird es ja auch reißen können, aber ich wollte das jetzt gerne einmal in Form behalten. So. Da muss noch so ein minimalen Stück ab hier. So. Ja. Das passt besser. So. 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 Das soll jetzt meine Vorderseite sein und das meine Rückseite. Wie gesagt, alles was ich jetzt so mache, das könnt ihr auch ganz toll auf die Kartengestaltung, ähm, übertragen. Ach so, ne, das ist ja falsch rum. So. Schatz, willst du mal sehen, wie ich dein tolles Papier hier schon eingearbeitet habe? Ja. Pass mal auf. Sieht das nicht cool aus? Guck mal. Kann man das so aufklappen? Cool, ne? Ja. Sieht richtig cool aus, ne? Sieht richtig cool aus, ne? Hat du toll gemacht. Ich bin gespannt, wie euch das gefällt. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Papier gefällt. So. Und jetzt müssen wir ja das nur so umknicken. Dann kann man das da unter machen oder da über. Also ich kann das jetzt hier so unter machen. Das finde ich sogar besser. Genau. Ja. Ja, genau. Ja, genau. Du hast mir gerade neues Papier, wo ich dann auch nochmal mein Senf drauf gebe. Genau. Aber hier, Schatzel, hier können noch ein paar mehr Schmetterlinge, finde ich. Ja? Ja. Und so popft zu wenig. Ja, die Frau hat ja gleich wieder was zu merken, ne? So. Und jetzt mache ich das so, dass ich, genau, hier mache ich dann so kleine Punkte. Und dann klebe ich das da fest. Ach klar, ich kann das schon mal rummachen hier. Das geht besser, wenn ich das vorher da rummache. So. Genau. So. Der ist fest. das geht ja ganz zackig, ne? Früher habe ich auch diese Schablonen gehabt und da musste man das mühselig alles mit dem Cuttermesser wieder ausschneiden. Und da hatte ich immer könnte das zu. So. Das sieht doch schon mal schön aus. Und den klebe ich hier unten hin. So. Und den da drauf. Das finde ich schön. Das gefällt mir total. So. Ich habe jetzt gleich meinen neuen Akku reingetan. Und ja, jetzt klebe ich das hier auf. Lotta ist ganz aufgeregt. Es geht jetzt Gassi gehen. Dann ist sie immer ganz aufgeregt. Dann müssen sie erstmal eine Runde toben, bevor es raus geht. Ohne Süße. Und Lotta ist immer so, sie zeigt immer ihre Begeisterung im lauten Bellen. So. Ich finde, das sieht doch mega aus. So. Dann haben wir hier eine echt coole Seite gestaltet. Hier ist ein Bellyband. Und hier hätte man auch noch eine Pocket draus machen können. Na ja. Dann ist hier die Pocket. Da kann man toll was rein tun. Und hier kommt auch was rein. So. Und jetzt will ich noch. Ich habe doch dieses ganze Sammelsurium an Glitzersteinen gekauft. Ich glaube, ich brauche nie wieder meine lieben Glitzersteine. und dann mal gucken, welche wir jetzt da drauf setzen. Die finde ich schön. So. Wie viel brauche ich denn? Mal sehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja. Das ist doch cool. So. Mal wieder richtig zu machen hier. dass ich nicht gleich flach sehe hier unten. Das finde ich auch ganz gut. Herr Micha. So. Und jetzt nochmal. Und jetzt nochmal. Ich habe ja diesen Aufnehmer hier. Und dann machen wir jetzt da. eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich habe noch acht gebraucht, ne? Seid ihr zu schwer für diesen Stift. Depois. profesional. Commandstoff. Grunder. observe. Hilfe. W пять seh. crow, so das ist doch schon mal richtig cool das sieht so cool aus so genau das lassen wir jetzt kurz trocknen und ich bereite erst mal wieder was vor so jetzt habe ich hier mehr so platter ganzen packen so zurecht geschnitten aus papier was ich so hatte habe ich so ganzen block gemacht dass das hier so ganzer block ist und ich habe jetzt ein von diesem super schönen naturpapier genommen das mache ich hier vorne drauf von diesen stationery p und ich habe mir hier so eine platt gemacht und das mache ich da jetzt dann mache ich jetzt gleich zwei löcher die kleinen löcher reichen hoffe ich so dass ich das schon mal das band durch so und auf der anderen seite mache ich auch ein loch kann man nämlich die platter auch wieder austauschen und rausnehmen das ist nur gut festhalten dass ich die gleiche höhe ungefähr habe das band jetzt wieder dadurch dann habe ich nämlich so einen schönen block und da mache ich in der mitte dieses kuchen ding drauf das ist auch ein die cut von stationery p das war an dem einpacken mit drin das kommt dann mal drauf ja ich mache da jetzt doch doppelknoten rein das heißt wenn man die blätter jetzt auswechselt da muss man ein neues band weil sonst hält das glaube ich nicht oder man frimmelt den doppelknoten wieder auf ich finde das richtig süß so jetzt habe ich ja wieder diese wo ich jetzt wieder versuchen wird die träger folie abzubekommen möchte ich nämlich gerne eine so drauf haben die sieht doch schön aus ich finde ich so schön die passt dazu es ist nur die frage wer wieder die träger folie aus deswegen hatte ich jetzt meine brille schon auf nein ich hatte das gestern ja mit diesem pix werkzeug geschafft irgendwie da unter zu kommen ja hat heute gleich geklappt ich dachte ich muss die kamera jetzt wieder ausmachen da bin ich ja richtig glücklich dass gleich geklappt hat so so und du kommst dann da raus das finde ich sieht so schön aus so und jetzt kommt unser journal wieder und dann haben wir hier so einen schönen plop mit so einem schönen deckblatt das finde ich richtig süß und hier kann jetzt vorder- und rückseite richtig viel drauf geschrieben werden wie viele blätter sind das denn? 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cool ich hatte nämlich gerade gedacht wenn das zwölf blätter sind dann könnte man hier rauf stempeln januar und februar und so weiter und könnte da hier vorderseite und rückseite immer jemals drauf schreiben wer dann geburtstag hat so als geburtstagskalender das finde ich auch total cool dann haben wir doch hier wirklich eine tolle seite gestaltet hier noch mit einer pocket da gucken was da noch reinkommt dann hier mit dem alben also das finde ich total total cool ja und das sieht ja jetzt auch mega aus ihr könnt das leider in der kamera nicht so sehen in der kamera sieht das nur fleckig aus ich kriege das auch nicht anders rüber ich habe das schon versucht in allen möglichen variationen zu halten es ist leider nicht zu sehen es sieht die natura total klasse aus und hier ist jetzt das goldene dran ich gestern und das jetzt auch getrocknet ist jetzt auch fest geht auch nicht wieder ab genau so und da kann ja noch jede menge drinnen gestaltet werden da haben wir noch richtig viel platz das werde ich auch noch gestalten und ich finde einfach ja das ist ja auch ein designpapier von joe das ist aber noch nicht ganz fertig da wird noch was gemacht aber ich finde jetzt schon das nimmt schon gestalt an und das ist auch irgendwie cool mit diesen verschiedenen seiten und das sieht schon aus das sieht doch mega aus das sieht doch wirklich mega aus ja ihr lieben ich hoffe es hat euch gefallen und wie gesagt wenn ihr diese stanz einfach toll findet dann schaut doch morgen mal bei QVC die gibt es im 3er pack da sind noch zwei andere formen nein ich habe keine kooperation mit QVC ich sage euch das nur so weil ich von crafters companion so überzeugt bin die sachen sind einfach total klasse und ja nicht jeder mag in england bestellen und von daher ist das natürlich auch gut dass sowas das jetzt auch bei QVC gibt so einige sachen und das wollte ich euch doch nicht vorenthalten so ihr lieben das war es erstmal ich wünsche euch noch einen schönen tag ganz liebe grüße bleibt gesund Andrea aus der bastel oase und